Genau. Oh, 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 oh. Nicht hingucken. Hier ist recht. Nicht hingucken. Da ist ein böser Skin, da ist ein böser Skin. Oh, 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 oh. Der bringt mich aber auch gar ein bisschen aus im Konzept. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und wir testen heute mal zusammen mit Paluten und Sturmwaffel einen neuen Spielmodus bei Jerry und Harry. Ich wollte gerade Jerry und Sally sagen, man hat Sturmwaffel in einer anderen Aufnahme gesagt. Sehr lustig, haben uns alle köstlich amüsiert. Das ist ein neuer Spielmodus, im Endeffekt so ein bisschen wie Mario Party, was wir alle tierisch geliebt haben, aber so ein bisschen verurteilen momentan, weil es diesen Noob-Status ja gibt. Und wenn du da nicht gerade Streamer auf Twitch bist und liebe Zuschauer hast, die dir diesen Account, diesen VIP-Account kaufen, nicht wahr Paluten? Ein kleiner Wink zu dir. Ja, also schlechte Karten, auf jeden Fall. Und dementsprechend sind wir einfach mal hier auf dem Jerry und Harry-Server, denn der neue Spielmodus ist etwas ähnliches. Und mit dabei ist, wir haben gerade noch Backstage für den Adventskalender gedreht, auch der liebe Holzfäller. Hallo, lieber Holzfäller, wie geht's dir? Ja, mei, mir geht's super. Freue mich, auf der Aufnahmesbeite zu sein, ja. Du bist der, weil ich jemals gefunden habe. Jungs, sind wir los, ja. Aber nicht, dass du uns hier wieder irgendwie weghaußt mit deinen Sheets, in denen du irgendwelche Fluxkompensatoren, oder was war das nochmal? Das ist der Hyperkompensationskabelisator. Das ist kein Plimmchen, ich schenke ich euch. Wollen wir hier in die sieben? Da sind noch vier frei. Komm, ganz schnell rein, ganz schnell. Achso, natürlich, da läuft es schon. Schon gestartet. Ich dachte, ich probiere es mal. Wie wäre es denn hier mit der Arena 20, wenn wir flink sind? Super gerne. Okay, rein da. Let's do it. Ja, okay, ich bin nicht flink gewesen, jetzt ist es schon reserviert. Das ist natürlich ein Problem. Und hub to hub? Ja, hub to hub. Dann, äh, äh, wir müssen dann aber nochmal kurz da reinlaufen, oder? Ja, quick, that's how a perfect Aufnahme starts. Ja, das kann man ja alles, das kann man ja auch spielen. Wir sind doch, wir sind doch hier coole Leute und so. Wir sind doch coole Leute. Jetzt ist die 20 wieder joinable, ich weiß ja nicht, aber besser nicht. Ja, weil wir alle drei rausgegangen sind. Habt ihr einen anderen? Oder wollen wir dann einfach warten hier bei der 14? Zum Beispiel. Äh, los doch einfach mal schauen hier. Los doch einfach mal die 14. Komm, hier 14. Ja, okay, okay, wir geben 14, ich schmeck die 14. So, und vielleicht nochmal kurz in Spielmodus erklärt. Das hier ist natürlich, wie könnte es anders sein, Herobrine allerdings mit dem Bart. Ist das neu? Hat der immer einen Bart gehabt? Man weiß es nicht. Der hatte immer einen Bart, ja. Der hat Schokolade gegessen gerade eben. Das ist der Snickers-Herobrine, das ist der Bruder von ihm. Ey, das geht super gerne. Ein bisschen in Dreck gefallen. Ähm, das ist die Plattform, auf der hier alles stattfinden wird. Ähm, heißt, Herobrine wird uns gleich, ähm, ich glaub 30 Runden waren das, ne? Mhm. 30 Runden lang. Genau. Oh, 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 oh. Nicht hier hingucken. Da ist ein böser Skin, da ist ein böser Skin. Oh, 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 oh. Das ist ja auch nur ein Game. Hoppla. Hoppla. Also, den gucken wir nicht an. Auf jeden Fall, Herobrine wird uns gleich 30 Runden lang mit unterschiedlichen Spielen hoch. Der bringt sich aber auch gar ein bisschen aus dem Konzept. Ähm, mei, Jungs, das ist ja ne alter deutsche Skin, ja. Einfach, einfach keine, einfach keine Aufmerksamkeit. Ja, alle einfach keine Leute angucken. Genau, es geht jetzt los. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt 30 verschiedene Runden, die alle auf dieser Plattform stattfinden. Ein paar davon werdet ihr von Mario Party wieder kennen. Ein paar sind aber auch neu. So, ich hoffe, dass ich jetzt gleich nach links gucke und nicht unbedingt meinen lieben Kompanion hier hin. Hm. Wie sollen wir ihn denn mal nennen? David? Ne, wir nennen ihn einfach gar nicht. Wir nennen ihn einfach Person, die niemals in dieser Folge zu sehen sein wird. Na gut. Let's beginn. Okay, und los geht's. Weather forecast. Happy rain. Achso, ah, okay, jetzt genau. Ich freue mich hier. Oh, Gott. Oh, okay, ich bin sofort tot. Also, das finde ich eigentlich auch. Easy, Leute, easy. Ey, was ist denn bei euch los? Den Spielmodus habe ich überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also, der ist auf dem Fall so schwer. Oh nein, ich bin tot. Ey, da hat er richtig geprollt gerade. Und er wurde einfach getötet. Den hatten wir zum Beispiel das eine Mal gar nicht entschieden. Nein. Ein einziges Mal, glaube ich. Ah, okay, das ist ganz normal hier. Oh Gott. Oh, oh, David hat mich gekillt, ey. Mich hat David gerade auch gekillt. David, David, David. David hat mich gekillt. Das ist ja auch. Oh, warum? Ey, das bugt manchmal wieder bei mir und dann fahr ich einfach runter. Nee, bei mir war es einfach. SOMO! Die daten wir nämlich das eine Mal 20.000 Mal. Komm, eine kleine, kleine Haufe, ey. Dieser David ist ehrlich gesagt gerade ein bisschen omnipräsent hier. Nein. Ich bin tot, ey. Ja, David. So, Leute, jetzt machen wir mal einen kleinen Skin-Review. Oh mein Gott. Oh, oh, ich habe... Paluten, komm mal her, du hast so einen schönen Kürbiskopf, ey. Lass uns doch mal... Nein, 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 das war die gerechte Strafe, dass du mir meinen Kürbiskopf einhauen wolltest. Nee, ich wollte einfach nur vor David flüchten. Hit the target. Achso. Komm, jetzt! Genau, hier muss man einfach nur... Okay, wir haben es nicht geschafft. Nee, ich habe es geschafft. Muss man nicht erster sein, muss man einfach nur treffen? Ich glaube, man muss nur treffen, ja. Dann kriegst du, glaube ich, ähnlich wie bei Montagsmaler, kriegst du dann mehrere Punkte. Oh, was? Oh! Nein! Ah, nein, ich habe es auch direkt verreckt in den Sand gesetzt, ey. Aber ich habe komischerweise schon zwei Punkte, ich weiß gar nicht, woher. Komm, mei, Jungs, ich lebe aber noch, ja. Erst noch mal. Ja, alles gut, ja. Komm, wir relaxen euch einfach noch auf der Stelle stehen bleiben, es wäre ja nichts los. Links, rechts, das war früher. Konzept macht, ja. Das blieb, okay. Blieben. Das blieb. Das blieb. Ah, ah. Sommer. Hier, wisst ihr, wer versucht, sich da schon wieder eine kleine Insel zu bauen? Oh Gott. Komm schon. Eigentlich muss man nur die ganze Zeit weglaufen. Hoi, 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 hoi. Gott, einfach nur weg. David wollte gerade kurz mal los sagen. David wollte kurz mal los sagen. Ist aber zum Glück dann in Abgrund gefallen. Nein, er hat mein Ding abgebaut. Ah, du Sau, Alter. Das ist wieder... Oh, oh, guck mal hier. Nein, 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 ab nach oben. Ach, guck mal, das habe ich komplett... Aber ein paar Looten kann ich jetzt nicht mehr runterhauen. Oh, ihr Säcke, ey. Ja, ja, komm, ey, du bist einfach... Na, der eine, der eine hat es perfekt gemacht. Shop me some Sprousewood. Was war das nochmal? Ähm, 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 Fichte? Oh, Fichte, ja. Das da. Ach, ist zu spät. Nein, das ist auch kein Sprousewood. Ja, warte, 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 lass mich doch das da oben nochmal. Geh mir, geh mir doch aus dem Weg hier. Ain't no chance. Oh, komm noch ran hier. Hab ich noch einen gekriegt? Doch, hab ich da noch einen Punkt für... Jump in the Lava. Oh, ich habe erst einen Punkt, das riecht peinlich. Nee, das ist... Ich habe gar keinen Punkt, das riecht peinlich. Doch, ich habe einen Punkt, okay. Jetzt sind wir zwei. Okay, das ist einfach hier, äh, Deathmatch, ne? Oh nein, oh nein. Muss einfach nur taktisch weglaufen. Weg, 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 weg. Der Holzfäller, das ist doch unglaublich. Der Holzfäller hat mir die letzte... Ja, aber das habe ich gemacht, Junge. Ja, muss mal. Ein bisschen... Jetzt, hört auf. Jetzt. Stuhlwaffe. Nein. Niemals. Verloot, komm. Geh weg, 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 weg. Ich treff dich gar nicht. Ja, ist doch easy. Ja, easy. Er ist mein Skill. Geht mal beide auf Davi, komm. Nee, nee. Da, wir doch da. Komm, stopp. Kannst du mal aufhören, bitte? Ich kann höre, wie viele Leute hier sind. Oh, fokust er mich direkt. Ja, gut. Ah, fokust er mich. Oh, Gott. Wisst ihr, was mich richtig ärgert? Vorhin bei dieser Babo-Runde, ne? Da war ich der Zweite. Ich war auf dem zweiten Platz. Ja. Ja. Und, äh, ja. Oh, das ist herrlich, das ist herrlich. Das ist mein absoluter... Ich, bei mir ist der... Nein, ich bin runtergefahren. Oh, ja. Oh, ich bin so ein Depp, ey. Ja, und das ist jetzt so die richtige Versager-Runde mit David. Guck mal, wie das hier alles gestapelt hat. Das sieht ja cool aus. Seht ihr das? Hier bei den, bei den, bei den, ähm... Oh, das ist nochmal... Oh, get to the top. Ja, es war so klar. Es war so klar. Komm, Paluten. Oh, da holt er sich's, da holt er sich's. Da ist das Ding, ey. Das ist doch unglaublich. Aber wenigstens, äh, haben wir nochmal... Die dürfen nicht, die dürfen nicht die ganze Zeit Leertaste spammen, ne? Wieso? Weil, wenn man... Deswegen bin ich gerade eben die ganze Zeit runtergefallen. Wenn man Leertaste spammt... Ey, was war das denn gerade für... Dann bleibt er irgendwann einfach stehen. Ja, dann wird man schneller, aber irgendwann bleibt er auch einfach stehen. Oh, endlich nochmal Speedbomb. Ich hab gerade wirklich komische Legs hier, muss ich ganz ehrlich gestehen. Leg fail, OMG. Das ist der eine hier, unser, unser kleiner Hobby, Punkt, Punkt, Punkt. Wie er sich wegbaut, ne? Nein! So, David fällt jetzt erstmal. David fällt. Nee, du könntest, du könntest... Nee. Nein! Ich hab... Oh, nein, ich hab mich selbst zerstört. Ich bin auch einfach runter. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich bin der dümmste Mensch. Es tut mir leid. Weißt du, deswegen... Eigentlich würd ich einfach nur springen und diesem Typen hier runterkloppen, ey. Jetzt, bitte, 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 niemand. Oh, oh, das... Das kann... Nein! Ey, du warst... Aber was? Ihr seid so... Ihr seid so... Ja! Ich hab's geschafft. Ich war das. Bridgewood. Was ist Bridge? Ach, das ist Weiße. Oh, der hier. Ich hab's... Ich hab das falsch. Ich wollte einfach nur irgendwas snacken. Nein, gibt nichts mehr. Wenn die alle natürlich... Jump in the lava! Woohoo! Jump in the lava! Schau mal fürs nächste Game. Ah, spliff, ne Runde! Spliff! Ja, du... Du machst das jetzt nicht nochmal, du Hund, ey. Ich werde dich sowas von destroyen. Jetzt komm her. Kann ja nicht sein. Immer die gleiche Lame... Das ist illegal. Weißt du das? Nein! Das ist illegal, sagt er nur. Hier, guck doch mal, was hier Rebind die ganze Zeit unten schreibt. You are breaking the rules. I will report you. Ja. Guck mal hier, der David, der David warst wieder mega aus, ey. Weißt du, da würde ich einfach nur runterspringen und den einfach nur mitbekommen. I'm reporting. Zeig dir den, zeig dir den eigentlich. Hab dir David schon mal in Großaufnahme gezeigt. Äh, oh Gott. Ja, haben wir schon. Bitte! Oh, Alter Schwede, das war aber knapp, ey. Oh Gott. Frag ich, knag ich hier. Da kriegen wir die Punkte. Aber das sind immer nur zwei, ne? Ja, easy. Easy. Müssen wir mehr draus machen. Komm, bitte, bitte. Hört auf mich zu schla... Oh, das könnte was werden. Oh, komm. Nein, ey, du bist so ein Drehz. Ja, aber Sturmwaffel ist auch runtergefallen. Alles cool. Jump in the lava. Ah, das kann ich mir schon sparen eigentlich hier. Ich spring mit David zusammen, komm. Ich spring mit David zusammen. Hand in Hand, genau. Soma! Oh, die Runden sind so fantastisch. Oh, Sturmwaffel, ich werde... Was habe ich dir denn getan? Du hast mich gerade... Ich hätte... Ich hätte... Ich habe nichts getan. Ich habe dir doch to the top, ey. Ich habe doch dein schmieriges Gesicht da neben mir gesehen, kurz bevor es mich geschlagen hat. So ein ganz schmieriges. Auch so ein verschmitztes Wattelachen hattest du auch. Jetzt komm her, du. Oh, was war das denn für ein Mega-Jump hier? Also manchmal... Jetzt weiß ich, was Paluten vorhin meinte mit diesem lange Fliegen, aber dann... Ach, komm. Jetzt bin ich wieder oben zum Beispiel. Sprouse. Äh, irritiert, 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 irritiert. Das da, ne? Jawohl, good job, Paluten. Danke. Wie gesagt, habe ich keinen good job, Brian. Doch, alles gut, alles gut, alles gut. Alles cool, alles cool. Doch, kacke. Jetzt kommen wir da nicht mehr ran, ey. Kacke. Hast du einen Nodos nicht an, jemand? Lost Man Standing. It's the final... Ach, der kommt mich natürlich direkt weg, ey. Ja, genau. Bergmann, Bergmann, setzt mir das ganze Siedtüpfelchen auf, ey. Weißt du, anstatt mal irgendwie so... Direkt Paluten auch in der Bergmann, anstatt wir das mal brüderlich zusammenhalten. Ne, ich wollte euch beide snacken, aber ihr hättet euch geprügelt. Ach, Nunsenz. Blätter nehmen, ey. Wir haben David hier, weißt du... Nein, jetzt hör doch auf mich. Jo, ich hab Punkte. Ich hab den David weggehauen, ey. Ich hab Deutschland geredet. Soma! Los geht's wieder. Komm, 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 komm. Ich hab Deutschland geredet. Oh, da hab ich aber hier den, 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 ach komm. Wir hatten uns auch letztens so'n schönen Kickstarter-Dingens angeguckt, weißt du? Wurde eine in die Zeit zurück. Ey, du bist so... Hab ich euch alle runtergekickt jetzt? Ich bin der Hammer. Na, komm David. Komm, David. Komm David. Jetzt entscheidet sich die, die Geschichte der Lavemann. Kann, kann die Waffel die Welt verändern? Kann die Waffel die Welt verändern? Oh Gott. Ah, jetzt hit the target. Okay, konzentrier dich, konzentrier dich. Oh, der hat aber auch gesessen. Ah, das war doch ein Prämmer oder nicht? We got a point. Wieso hast du eigentlich so ne gute Runde? Oh, ne, hat Sturmwaffel gar nicht. Ja, ja. Das sieht die ganze Zeit nur so aus. Warum bin ich hier mit einem Typen alleine? Das ist jetzt die Einzelkampf? Das ist gerade, das ist wieder das Spiel. Snuggle-Time. Das ist wieder das. Snuggle-Time. Oh, 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 jetzt. Bitte, jetzt. Sturmwaffel! Nein! Wie kannst du's sagen? Ja, die Gerechtigkeit. Du Sau. Spiro, Emma, der Bodybuilder hat's gemacht. Ey, der Bodybuilder, der, der, der Holzfäller meine ich. Am Oak ist das ganz normale, ne? Gib mir noch mal ein bisschen Oak hier. Gib mir noch ein bisschen Oak. Ja, easy, easy, easy. Oh, ich krieg das nicht mehr hin. Easy, easy, easy. Da holt, das zieht er gleich mit Paluten in der Runde, ey. Und es riecht nach jetzt. Was müssen wir craften? Oh Gott, ich weiß gar nicht wie ein Dispencer. Ich auch nicht. Oh Gott. So? 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 Ey, ich hab keine Ahnung. So, so? Oh Gott, ich weiß das auch überhaupt nicht. Oh, oh, warte. Ich hatte, ich hatte, ich hatte das doch gerade. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, es lädt auch einfach. Hä? Easy, easy, Leute. Easy, 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 easy. Ach, hm. Ach, get to the top, ey. Get to the topper. Get to the topper. Get to the topper. Oh, warte, warte, warte. Welch Ding jetzt noch hier runter hau? Ach, Mist. Oh, Leute. Lied bei mir. Ich hatte vorhin so ne geile Runde, Alter. Ihr habt's alle gesehen. Nicht, oder auch nicht. Keine Ahnung, ey. Habt ihr alle, habt ihr alle bei uns gesehen? Hä? Ja, schaut, genau. Schaut bei Sturmba von Paluten vorbei. Da war eine grandiose Runde. Ich fahr's weiter. Also, die Leute haben gejubelt. Die haben geschrieben. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Runde gerade ein bisschen vermisst wurde von David hier. Also, dann war ich nicht so cool. Das war nicht so sexy. Ja. Schreibt mal, was ihr davon haltet irgendwie. Gefährdeter Spielmodus. Ich bin tot, weil wir nämlich alle verloren haben. Ich find ja, das ist ein ganz fantastischer Spielmodus. Was haltet ihr davon? Macht Bock. Super. Auf jeden Fall. Ja, ne? Gut. Daumen hoch. Hat das Bergman approved oder kriegst du den Stempel? Ich würde sagen, auf jeden Fall zertifiziert von Bergman Org. In diesem Sinne, lasst einen Kommentar da, was ihr zu dem Spielmodus haltet. Spielt ihn selber unbedingt einmal, wenn euch das Video gefallen. Einen Daumen hoch. Schaut auf jeden Fall bei den Compagnons vorbei. Und ansonsten sage ich, letztes Wort, wie immer, für den guten alten Holzfäller. Ja, mei, Jungs, hab mir auch richtig Spaß gemacht. Gute Runde. Ja, ja. Und äh... Alles gern, macht's gut. Ciao. Ciao. Ich hab auch diesen coolen Schwenk diesmal versucht in die Kamera zu machen. Ich merk, dass es nicht so gut ist. Deswegen sag ich einfach jetzt nochmal. Ciao. Hahaha.